wo ist denn hier noch die letzte vermaledeite geld ja jetzt zeig mir wo die base ist ich werde gleich börse wenn ich die nicht finde ja diese musik hat aufgeschissen jetzt reicht es mir langsam ich habe da vorne aufgeklickt bei den hummer man ja das ding minutenzeiger brauche ich jetzt einen minutenzeiger da kann ich das doch angehen und das wird nicht mal angezeigt noch ein geheimnisvolles zeichen stück klick her sagt weiter vorne hier einsetzen dreh 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 eröffnet sich hergeben die münze ja gib her also fünfte offenbarung als riedu erfuhr dass der pakt nicht erfüllt worden war wurde er sehr wütend und verwandelte den könig in eine schwarze wolke aus energie aber er ist die furzwolke er gab ihnen die kraft die seelen der menschen zu stillen und sie in blutrünstige verwesende monster zu verwandeln aha so sind also die zombies entstanden fehlen trotzdem noch 1 2 3 4 5 offenbarungen nein doch nicht so lange noch mehr damit die klinke zum haus klink Marc-Uwe Kling eine Prima Ballerina nehme ich mit und dann Rezept für das beste Vogel nicht ihr ernst da reichen doch nur die Körner ich muss das Vogel von dir herstellen du willst mich doch wohl verarschen damit egal was ihr Liebling nimmst noch ein weiteres ja ja stundenzeiger aber seit bloß das wird noch ein Mathe-Rätsel mit Uhrzeiten nein tu mir das nicht an nein ich bin mal die Ballerina so oh das war's schon oh oh abgeschlossen schade ist kein nützliche Dinge da drin sein und ja wird besticken wenn ich du wäre hier kommt die Ballerina Figur ein und denn das nächste geheimnisvolle zu hier ist der Post rein gecrasht die hippe frische Jugend hat gesagt war schon gut abgenagt und sein Kopf seine eine Kopfhälfte ist auf der dunklen Seite der Macht oh 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 und wir nehmen seine Nüsse hee 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 eine Schale zum Anrühren Nüsse Minze Orange Merkt euch das für eure Vögel Nüsse Minze Orange Shotgun Gerda mit Es scheint dass dieser Safe aus Panzerglas hergestellt wurde ich brauche den Schlüssel ein kabel fehlt hier das nicht ein schleifstein ich habe jetzt ein scharfes rasiermesser ja hast du recht so wird das nix hotel pool final main bird bird anim 2 ja super ich wollte gerade schon meinen wenn das jetzt eine autotür eine echte große gewesen wäre dann dann wäre es vorbei ich könnte noch hier lang oder was jemand hat hier eine volle aufgestellt ich sollte sie deaktivieren bevor ich die treppe hochgehe alter kann ich jetzt mitnehmen schade was macht ein elefant hier die lefant hat seine stoßzähne verloren kaktus gabel schmetterling stern opa als figur dann halt so schlüssel ming vase cracker nudelholz taschenmesser anal handschuhe handschuhe vom tierarzt hier gar nichts sternzeichen nein das ist ein sternzeichen und zwar von fischer piscis habe ich gut mehrere sternzeichen ok weiter klug scheißen hier ist eine 8 das ist kein sternzeichen hier das müsste wieder sein sah zumindest so aus und ist das hier noch eins nö ein sternzeichen noch ein sternzeichen noch das netterling nicht stimmgabel knarren karotte gut schuhe steht das stethoskop ja endlich war es eine krücke haben wir ja ich gucke ja schon big ben den habe ich hier doch schon rumfliegen gesehen den big ben und zwar dort dann tasse mit t nicht tasse mit a ha ha da ist ein bügeleisen kaktus sag ich ja eine schürze ist das hier eine schürze sicher dass das jetzt nicht angeklickt werden kann spiel croissant brille karabiner schokoriegel seife rasierwasser zahnbürste brot ist blau muss ich das hier erst noch backen oder nehmen wir das hier aus der brotkiste raus wir nehmen es aus der brotkiste raus ok an dem schlüsselboden fehlt ein schlüssel woher weiß ihr dass nur ein schlüssel fehlt solltest du es ausprobieren nein solltest du nicht nein solltest du nicht ah hier und zwar vom stier minotaurus ähm minotaur ne nur taurus oder ja nur taurus taurus stiel alles gelernt durch the binding of Isaac the binding of Isaac rebirth yeah hier in the rebirth sind erst die stellenzeichen mit dazugekommen heißt jetzt kann ich's auch anklicken hä hä was hab ich ja gemerkt bitch ach das ist ne teekanne wo ist ne tasse da ist ne tasse tasse mit tee ich glaub ich mir auch gleich noch nen tee äh ne zitadelle die zitadelle der zeit wo ist sie zitadelle schürze kissen das glas ist sehr dreckig da ist die zitadelle sieht aus wie aus dem schloss carcassonne ist nicht nur ein spiel sondern wirklich seit einem schloss in frankreich schürze 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 reichen mir die schürze ha 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 oh von two broke girls die schürze auch schön arztfigur hussah und wieder zurück gehen wir hier hin setzen den arzt ein und uns fehlt immer noch eine figur einige dieser figur fehlen hier nein eine figur fehlt da noch ein feueralarm haben wir kein feuerzeug fuck die männerfrau müssen wir seine stoßszene wieder bringen zum 27 was soll der soll los ausprobieren noch ein schloss noch ein schlüssel äh nein schlüssel hast du nicht eine seltsame kiste mit fragezeichen an der seite wirklich äh 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 man hier noch irgendwas was ich jetzt machen konnte nein 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 klick 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 ach ja da fehlt uns ja das Kabel noch i remember remember me remember me so ja hier müssen wir noch was machen wir müssen den Schlüssel auswählen schlitter auswählen langer ne clean ich nicht dass wir machen können sie Custom Weißt du was? Du bist zu dreckig, um dich anzufassen. Was meinst du, weshalb hier niemand mit dir zusammen sein will, außer Malcolm? Du Bitch. Alien, hab ich gleich gesehen. Das ist ein ordentliches Kuddelmodell hier. Fisch. Ein... Toter... Was bist du? Womit ich ein Problem hab, weil... Eigentlich ist der Bauch ja... hell und der Rücken dunkel. Weil, wenn man von oben guckt, ins Wasser rein, muss ja hell sein, dunkel sein, wie der Grund, um getan zu sein. Und wenn man von unten hoch guckt, muss ja hell sein. So, jetzt ist hier aber hell, aber gleichzeitig das Auge hier. Das ist so... Der Kopf wurde einmal rumgedreht. Tant! Gott. Krankes Spiel, ey. Drei Flaggen. Oh, Kanada. USA, USA. Und du bist auch ne Flagge. Dann bist du ja im Wappen, das wäre geil. Wanne. I'm searching for a lot of things. Attacker zum Beispiel. Hier ist noch ne Flagge. Dann brauche ich jetzt noch einen Dudelsack. Wo ist hier der Dudelsack, mit dem man Dudelsäcke dudeln kann? Ja, ich sehe gar nicht den Dudelsack. Ich kann ihn aber sehen, ich sag's dir aber nicht. Oh Mann, du bist doch ein Gemein. Da ist ein Tacke. Tacke. Tacke Foley. Hier, eine Pfeife. Der Henkel dieser Tasse ist abgebaut. Das ist eine Tasse. Natürlich ist das eine Tasse. Eine tolle Tasse. Jetzt auf einmal nicht mehr. Ich bin nicht darauf gekommen, dass ich das mit der Tasse gesackt habe. Schwamm. Dankeschön. G-Stack. Oh nein, hier sind wieder die Tonsprungen übereinander. So, ich spiele hier ein bisschen. Und dann. Schönen... Dudelsack. Eine Saugglocke. Womit man hier so seinen Rücken schröpfen kann. oder die kann auch heute zur Kugel und Saugglocke nehmen muss nur heute den Sauerstoff rausbekommen die man eine Kerze ausbläst Prozent also Feuer darunter macht und dann die Wüste wie das funktioniert ihr seid ja alle in Talent ihr alle 10.000 Leute die mir zu guckt und meine Let's Play guckt Euro das war ganz tolles deutsch auch gerade ich weiß m Anband nur heute die Schnauze nehmt wird Mutru oder dort Schallplatte das sind die meisten bald schon gar nicht mehr was ist ah ne die hat ja ein comeback die Schallplatte ah hier kann ich hingucken das Kabel warum nimmst du das Kabel nicht mehr warum tust du mir das an und warum nimmst du hier überhaupt gar nichts mit verdammte Hacke du bist ein Jäger du bist ne Saugglocke ne Tasse ein Dreieck die 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 Vielen Dank.